Alles klar, es freut mich, die Anna Sosulia zu begrüßen von der SG Solingen. Hallo. Wie hast du heute gespielt? Remy. Und bist du zufrieden mit der Partie heute gewesen? Das Spiel war nicht so schwierig, es war ziemlich schnell. Denn meine Opinion hat eine ziemlich kaltige Variation gemacht und ich wollte nicht riskieren. Und ich habe eine ziemlich kaltige Variation benutzt und am Ende haben wir alles verändert und es war ein Dramat. Du wohnst in Bochum, ist richtig? Und spielst für die Belgische Föderation? Ja, ich spiele 15 Jahre für Belgien. Wie kommt das, woher kommt das, dass du für Belgien spielst? Wie lange lebst du jetzt schon in Bochum? Nein, sieben Monate. Okay, also das erste Mal jetzt auch in Deutschland? Nein. Ich war viele Mal hier und viele Länder besitzt, also es ist nicht das erste Mal hier. Was machst du beruflich? Ich arbeite als Schachttrainerin in Bochum. In Bochum selbst als Schachttrainerin. Und wen trainierst du da? Ukrainische Flüssingen. Oh. Kinder. Ja, wie viele sind das in etwa? Ich arbeite zwei Tage per Woche mit Kindern von fünf bis zwanzig Jahren. Wenn du mit diesen Kindern arbeitest, kommen die ja jetzt gerade auch aus direkten Kriegsgebieten oder sind die richtig aus Kriegsgebieten, bleiben die denn dann jetzt auch in Bochum erst einmal? Kinder? Ja. Ja, dann noch eine letzte Frage. Wie bereitest du dich denn normalerweise auf die Partien vor? Ich analysiere meine Opponenten-Spiel. Ich denke, wie Variationen ich spiele. Prepare and use it. Okay. Ja, that's all. Thank you very much. Dankeschön. Okay.